Hi, ich bin Dennis von Swinsale. Wir entwickeln einen Outdoor-Tresor, der aus zwei grundlegenden Teilen besteht. Einer Oberschale und einer Bodenschraube, die ihr mithilfe einer Eindrehstange super schnell in der Grasliegewiese eindrehen könnt und dann auf der Oberseite eure Wertsachen auflegen könnt, zum Beispiel euer Smartphone, euer Geld oder eure Schlüssel, so dass ihr euch keine Sorgen mehr machen müsst, wenn ihr schwimmen seid, dass ihr irgendwas geklaut habt. Im letzten Schritt stülpt ihr die Rohrschale über die Schlossstange und verriegelt das Ganze einfach mit einem Zahlenschloss. Das Ganze ist axial entkoppelt, alles dreht sich mit, die Schraube kann also nicht mehr rausgeschraubt werden. Sollte doch jemand das drauf anlegen und stark drin rütteln, dann schlägt euer Smartphone Alarm, wenn ihr die mitgelieferte Alarmschutzkette aktiviert habt und andere werden auch in die Schraube drauf wechseln.